Hallo, ich freue mich riesig, dir mein neues Album The Sea Chronicles vorzustellen. Es handelt sich dabei um ein größeres Projekt, mit dem ich 2022 beschäftigt war. Eine Studioband trifft auf Streichquartett plus Piano. Hier im ersten Video geht es um die jazzigen Neosol-Stücke. Das Erste besingt die kleinen Dinge, die wir in der Pandemie vermisst haben. Das Zweite handelt von der großen Leere, sozusagen vom Verschwinden im Nichts und warten darauf, dass überhaupt etwas passiert. Seacron A Gig ist ein humoriges Stück für Musiker. In der Pandemie kommt ein Jobauftrag, man ist schon total aufgeregt und dann wird der Job sehr plötzlich und kurzfristig abgesagt. Kommt dir das bekannt vor? Das letzte Stück des Albums ist eine Hommage an Empathie und das Vertrauen auf bessere Zeiten. Das letzte Stück des Albums ist eine Hommage an Empathie und das Vertrauen auf 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 das Vert Im zweiten Video geht es dann um die Komposition für Streichquartett plus Piano. Schaut da bitte auch mal rein. Übrigens wäre toll, dieses Programm mal live auf die Bühne zu bringen. Bei Interesse bitte melden. Dankeschön.